. . . . . Guten Abend, Herrischau. Guten Abend. Guten Abend, Herrischau. Guten Abend, Herrischau. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu SRF bei den Leuten live, Sommerspiel aus Herisau. Wir haben eine zielende, spannende und lässige Gäste wieder mit dabei heute Abend. Wir haben zum Beispiel den Hockey-Spieler, den Hockey-Goal, einer der besten der Welt, Jonas, der Killer Hiller bei uns heute Abend. Wir haben Hans-Rudi Merz bei uns. Und wir haben Status Quo. Guten Abend, Herisau und ich bebeite, wie immer, den Ortsschat, in der Schatztruhe und vor allem der Gemeindepräsident von Herisau, nämlich Hans Stricker. Voilà, dich? Hey! Ciao, wo du sein kannst? Ich bin gespannt. Herzlichen Dank. Grüezi, Bernd. Wunderschön ist das Heere Sau. Und jetzt sehen wir die Techniken. Obwohl Nick das noch nie gemacht hat, ist er da schneidig unterwegs. Und auch der Jonas. Oh, und jetzt ist genau das eingetreten. Jonas, du hast etwas verloren aus dem Rucksack. Da ist klar eine Flaschenabendkeit. Der Jonas gehört mir, glaube ich nicht. Jetzt haben wir die richtige Stimmung auf dem Platz. Ich bin wieder auf dem Boden, kann mittanzen. Ihr dürft auch gerne auf die Bänke und auf die Tische. Denn jetzt geht das Heere in die Postab. 118 Millionen verkaufte Tonträger. Sie rocken die ganze Welt immer noch. All die Herren da zu sagen, das wäre ich frem. Ihr hört es schon. Looking out for Caroline. Da sind Status Quo! Oh! I'm never going back, gotta keep on moving on. Can't be doing this when it's over, dead and gone. No one looking cool down the barrel of a gun. Come on Caroline's, do we gotta roll? She's your very best friend when you're dreaming in a hole. She reads a good book, but she's never on the road. You see what you like, oh, it's gonna take control. Caroline, you gotta roll, so. Ich gucke die Gäste. Ich gucke die Gäste. Ich gucke die Gäste, die Gäste. Und dann kommt mir die Gäste. Ich gucke sie, die Gäste aus. Dann ist das, die Gäste aus. Schau mal. So, guten. Also komm, musst du es aber selber holen. Ist gut so? Es hat nachher sicher auch noch. Ueli, bringst du den Rest hier vorne? Ja, 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 ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. So. Ja, da sind wir jetzt den Fall schon noch. Du warst eben auch nicht Bundesrat, als ob du hier schon zugreifen könntest. So. So. Grillieren Sie jemanden, Herr Merz, oder überlassen Sie das Kochen gänzlich der Frau? Nein, nein, du kochst schon jemanden. Aber aufwärmen vor allem auch. Vorfreude ist bekanntlich die beste Freude. Tja, und da sehen wir jetzt ausnahmsweise mal ein Schuppel im Sommer. Normalerweise sieht man die nämlich natürlich immer nur im tiefsten Winter. Aber wir haben gedacht, für den Eck zeigen wir mal heute Abend den Schuppel, der mit ein bisschen Glück, wenn die Ruhe knackt wird, sein Ortsschatz ist. Geniessen. Da ist er schon mal. Der Schuppel von Herisau. Applaus Beim Spiel Weiche Landung ist es nicht gut gegangen. Ich weiss nicht. Vorrechnen. Jawoll! Ja! Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann sind wir ein Blatt-Urger? Genau! Und da ist es kein Blatt-Urger. Der Blatt-Urger ist des Haft-Urger